Hallo Freunde, ich bin's der Jumbo und ich bin am Start und mein kleiner Freund, der Fennek, ist auch am Start. Was ist der Fennek? Der Fennek ist wahrscheinlich der kleinste und geilste Grill Deutschlands. Es ist Fennek on Fire Time, ganz genau. Ein Gericht für zwei Personen in unter 30 Minuten, für das kleine Teil überhaupt kein Problem. Und jetzt kommt noch was, der Superbonus. Das Ding ist rucki zucki auseinandergelegt und ihr müsst es noch nicht mal schruppen. Das Ding passt in jede Spülmaschine. Mein kleiner Freund und ich, wir wollen euch heute in den Barbecue-Himmel bringen. Und zwar gibt es mit Speck umwickeltes Rinderfilet an Birne und Gorgonzola und dazu gibt es grünen Spargel mit Bacon. Wir nehmen einfach das Rinderfilet und wickeln einfach außenrum Speck. Wie einen kleinen Reifen wickeln wir das Rinderfilet ein. Einmal, zack. Und mit einem Zahnstocher wird das Ganze einfach fixiert. Nummer eins. Und Nummer zwei. Außenrum ziehen. Dann bleibt das Rinderfilet schön in Form. Und als nächstes werden wir uns ein dünnes Scheibchen Birne abschneiden. Perfekt. Und jetzt geht es ab auf den Grill. Das zischt und das riecht. Ein Traum. Ein bisschen Steakpfeffer. Und jetzt legen wir die Birnenscheiben einfach vor das Fleisch, damit sie so schön karamellisieren. Jetzt nehme ich die Birnenscheiben wieder runter. Die müssen ein klein bisschen abkühlen. Und jetzt Zeit für die Wände. Perfekt. Und genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um den Spargel auf den Grill zu legen. So, und jetzt kommt der springende Punkt. Meine Birnenscheibchen, die kommen wieder zurück auf das Steak. Eine Handvoll gehackte, geschrotete Walnüsse. Und auf die Walnüsse der Gorgonzola. Perfekt. Und jetzt einfach das Ganze schön überbacken. Deckel zu. Bald ist es soweit. Ich würde schätzen, 1 bis 1 Minute 30 braucht der Käse noch, um über das Rinderfilet zu schmelzen. Und dann ist Essenszeit, Freunde.